Nicht eben direkt in die vorgeschriebenen Bereiche geht, sondern erstmal nach hinten ins Fahrerlager, dass er später dann die Nummern vor den Autos auch mal verstellt. Das lassen sie sich ja nicht gefallen. Er geht ja hier direkt zu Fahrerlager. Ja, genau, hier ins Fahrerlager. Er geht direkt da nach hinten, um sich irgendwie mal abzuregen. Und dann Nummern tauscht dann vorne eben vor dem Podium. Als er dann wieder kam, dann müssen sie das Interview hinterher machen. Ich verstehe, dass das alles nicht gut ist und dass das wahrscheinlich auch Konsequenzen für ihn hat. Negative Konsequenzen? Eine Meinung. Aber ich verstehe ihn so gut. Ich verstehe, der hat den Hals bis Mecken, der will nicht. Das hilft aber nicht. Der will nicht vernünftig sein. Das hilft nichts. Naja, du bist da sehr rational. Guck mal da, hier hat das... Da gab es natürlich sofort Applaus. Und wer mir auch leid tut, das muss ich wirklich sagen, ist dann Louis Hamilton, der am Blitzau das Rennen gefangen hat.